Und Raven West liegt auf der Strada Alpina in Führung. Yume Tanaka ist ihm dicht auf den Fersen. Wird sie bei diesem Rennen Gridworld-Series-Geschichte schreiben? Tanaka sieht eine Lücke. Sie riskiert sehr viel. McCain gefällt das gar nicht. Kontakt! In so einer Situation kann man wirklich nur hoffen, dass den Fahrern nichts passiert ist. Wir sind noch dabei, die Unfallursachen zu untersuchen. Aber es gab anscheinend ein Problem mit der aktiven Radaufhängung. Und dazu kam der direkte Auftrag auf den rechten Hinterreifen. Yume Tanaka hat die OP überstanden und ist außer Gefahr. Aber sie haben... Ihr Bein wurde unterhand des Knies amputiert. Hey. Ändert das etwas an Sinekas Chancen für den Gauntlet? Feierabend, Ajit. War ein langer Tag. Ignorier sie. Du kündigst? Jume ist eine gute Freundin. Und dieses Rad... ...hätte sich nicht lösen dürfen. Egal wie hart McCain es getroffen hat. Sie wollen das Team verkaufen, Ajit. Wer? Der Vorstand natürlich. Sie setzen ein Ultimatum. Vollbring ein Wunder. Oder ich bin raus. Und sie schichten die Investition um. Dürfen die das denn? Sie können machen, was sie wollen. Aber wir können uns noch qualifizieren. Wir müssen eine Schippe drauflegen. Keine Fehler mehr machen. Und bloß kein Selbstmitleid. Das ist viel Druck für einen Fahrer. Das wird für euch beide nicht leicht. Bevor es losgeht, wollen wir alle noch Jume Tanaka gute Besserungen wünschen. Und uns auch bei Seneca bedanken, die heute trotz allem noch mit dabei sind. Konzentrier dich auf das, was du am besten kannst. Das Team mit Jume helfen, so gut es geht. Und sie will, dass du weitermachst. Deine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass es das Team noch gibt, wenn sie zurückkommt. Achte darauf, dass du genug Geschwindigkeit für den Draft hast, aber auch genug Platz, um durchzukommen. Und sie ist sicher. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, 22, letzte Runde, um deine Driftküste vorzuführen. Okay, 22, letzte Runde, um deine Driftküste vorzuführen. Okay, 22, letzte Runde, um deine Driftküste. Okay, 22, letzte Runde, um deine Driftküste vorzuführen. Also ruhe dich groß aus. Danke für deine Teilnahme heute.